Hallöchen, das hier wird mal ein Video, was nichts mit normalen regulären Let's Plays zu tun hat, sondern ich möchte einfach nur mal, ich hätte es nie gedacht, mittlerweile sind es ja schon über 100 Abonnenten, dafür möchte ich ein kleines Dankeschön machen, ist nur eine kleine Geste, aber ich habe lange überlegt, was könnte ich da machen, mir ist nichts wirklich Gescheites eingefallen, das dachte ich mir, das hier ist das Spiel Plenikosa, ich baue quasi das Dankeschön für euch selbst, das werden wir auch sofort tun, weil ich hätte es nie gedacht, ich mache das Ganze einfach nur aus Spaß. Macht es einfach Spaß, Videos zu erstellen, hinterher schneiden, bearbeiten und so weiter und so fort, was dazu gehört, hochladen, dachte ich mir, teile ich es einfach, vielleicht interessiert das ja jemanden, ich hätte es nie gedacht und ich möchte einfach nur Danke sagen dafür und das mache ich jetzt natürlich jetzt hier im Bauen und wir hören uns sofort wieder, bis gleich. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. 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 Und das Ganze mache ich auch nicht ganz ohne Hintergedanken. Und zwar würde mich interessieren, ob ihr euch für ein Planet Coaster Let's Play interessieren würde. Wenn ja, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. In erster Linie soll das hier. In erster Linie soll das hier ein Danke, 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 Danke sein. Also, schön fürs Schauen. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Und ich hoffe trotzdem, es hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn das hier pottenhässlich ist, lesen kann man es glaube ich. Vielen Dank für über 100 Abos, ich verabschiede ich...